FBI-Agenten durchsuchten Donald Trumps Zuhause in Florida und falls sich herausstellt, dass der ehemalige Präsident geheime Unterlagen dorthin mitgenommen hat, wäre er von allen künftigen Ämtern ausgeschlossen. Heimlich sind einige Republicans, vor allem Ranghohe, wohl glücklich darüber, weil es den Weg freimacht für Ron DeSantis, ohne die Fans von Trump vor den Kopf zu stoßen. Also durch unablässige Agitation hatte sich Trump ja eine fanatische Anhängerschaft aufgebaut, auf die die Republican Party nicht verzichten kann. Das zeigt halt regelmäßig auch die Meinungsforschung. Es wird ja ständig alles Mögliche überprüft und gemessen. Das heißt, wie viele Republican Wähler halten immer noch zu Trump, wie viele glauben das, was er eben dann alles gesagt hat über das Wahlergebnis 2020 und so weiter und so fort. Ältere Republican Wähler sterben jedes Jahr weg und zunehmend mussten auch die Konsumenten traditioneller Verschwörungsmedien umgarnt werden, die früher noch gezögert hätten, Republicans ihre Stimme zu geben. Also das war ja lange Zeit bei den Konsumenten von Verschwörungsmedien in Amerika, für die war das ja vollkommen selbstverständlich, dass halt der alte Präsident Bush ein Desaster war. George H.W. Bush, dass der halt dann quasi für diese New World Order Verschwörung da arbeiten würde. Und dann der jüngere Bush war der Präsident von 9-11 und den Irakkrieg und dem Afghanistan-Krieg und diesen Trillions of Dollars, die dann verblasen wurden für den Krieg gegen den islamischen Terror und all diverse Rüstungsprojekte. Also das war ja ein absolut rotes Tuch für einige Leute, für einige Wähler. Viele hatten keinen Bock auf John McCain oder Mitt Romney. Das war dann für viele halt ein Problem während der Obama-Ära. Gehst du jetzt raus und wählst den Republican-Kandidaten? Ist das schlimmer oder besser in Bezug auf die Weltverschwörung oder whatever? Aber dann kam Trump und Trump und sein Vater und sein Umfeld, die sind ja alle beeinflusst von der John-Burch-Society. Also dieses Kontrollierte da, dieses Netzwerk da, mit dem man Kontrolle ausüben wollte über Verschwörungsmedien in Amerika. Und damit hat man eben dann ein bestimmtes Klientel angesprochen und diese Verheißung gemacht. Trump wird aufräumen, Trump wird gegebenenfalls dann Hillary verhaften und die ganzen Democrats aufmischen und so. Und das war halt so eine Art Sekte, wie so eine Erlösungs-Heilslehre, so eine Theologie fast schon. Und man hat also diese Sekte geschaffen um Trump und man würde jetzt auch nicht mehr so einfach los. Also wenn jetzt die Republican Party sich selber stellen würde gegen Trump und würde halt dann irgendwie öffentlich sagen, der ist uns zu schwierig, der hat so viele Skandale an der Backe und du kannst mit dem nicht richtig arbeiten. Ja, die Leute sollen lieber Ron DeSantis unterstützen, dann hättest du sofort halt eben eine riesige Wutwelle von den Trump-Supportern. Ja, und die Wut richtet sich dann gegen die Republican Party. Ja, und man stellt sich mal vor, wie so eine Debatte ausschaut, ja, zwischen Kandidaten. Also Trump streitet sich dann öffentlich mit Ron DeSantis und alle werfen sich dann gegenseitig irgendwas vor. Also wäre ein ziemliches Problem. Und gerade in einer Wahl dann später gegen die Democrats, da kommt es auf jedes einzelne Prozent an. Ja, und wenn jetzt Trump wieder im Weißen Haus landen würde, dann hat es wieder vier Jahre lang oder acht Jahre lang Ärger und Probleme und Schwierigkeiten. Ja, das ist so widerlich für einige Republicans. Und jetzt hat man eben eine Lösung. Erfolgt eine Verurteilung Trumps aufgrund der FBI-Razzia, wegen so ein paar Dokumenten, können hohe Republicans Fake-Tränen weinen und erzählen, dass das Justizministerium von dem Democrat Joe Biden schuld sei an der Beendigung von Trumps politischer Karriere. Ja, und dann die ganzen Trump-Fans sind alle wütend und man kann diese Wut halt eben dann umleiten und den Leuten sagen, wenn ihr wütend seid, dann wählt jetzt erst recht Ron DeSantis und unterstützt Ron DeSantis. Alles, was man dann noch braucht, wäre eine öffentliche Empfehlung von Trump, dass die Leute DeSantis wählen sollen, fertig, aus. Ja, Trump könnte dann für den Rest seiner Tage wüten, dass er wegen der Handhabung geheimer Dokumente ausgebremst wurde, während Hillary Clinton mehrere Skandale mit vertraulichen Informationen über gewöhnliche E-Mail-Server an der Backe hatte. Ich meine, das wäre das Schlimmste gewesen wahrscheinlich für Hillary, wenn sie Präsidentin geworden wäre. Ich meine, man könnte ja jeden einzelnen Skandal um die Ohren hauen. Ja, und ich meine, jetzt nicht nur die ganzen richtig krassen Sachen in ihrer Vergangenheit und Bills Vergangenheit, weil die richtig krassen Sachen werden ja meistens nie wirklich, landen nie wirklich vor Gericht. Das wäre zu peinlich für das Präsidentenamt und für den Staat an sich, ja, aber man hat eine Zillion kleinere und mittlere Skandale bei Hillary. Das kann man ja alles um die Ohren hauen, ja, und man hätte hier juristischen Ärger und da juristischen Ärger. Hillary ist genauso narzisstisch wie Trump. Ja, also Hillary hatte Glück, dass sie nicht Präsidentin wurde. Wir haben ja gesehen, in was für Schwierigkeiten Trump geraten ist. Eine Verurteilung Trumps wegen jetzt der Razzia und den Dokumenten würde auch den Eindruck erwecken, dass er endlich mal Konsequenzen für sein Verhalten spürt, ohne dass er dabei wirklich in allzu große Schwierigkeiten gerät. Die Republicans wollen ja möglichst intakt die Ermittlungen zum Kapitolsturm überstehen und bei den kommenden Wahlen gewinnen. Ja, und Trump zieht einfach unnötigen Ärger geradezu magisch an und seine Reaktionen auf den Ärger machen für gewöhnlich alles nur noch schlimmer. Egal, ob es sich um seine Steuern handelt, sein Verhalten im Zusammenhang mit dem Kapitolsturm, Telefonanrufe mit dem ukrainischen Staatschef, den er dann erpressen will, seine Geschäftsbeziehungen zu Oligarchen aus dem Ostblock oder seinen Umgang mit Frauen. Ja, oder er verliert mal eine Wahl und dann macht er alles noch schlimmer. Viele Staatsfunktionäre, die mit ihm zusammengearbeitet haben, erlebten die größtmöglichen Frustrationen. Und Vertraute aus seiner Präsidenten-Ära erzählten ja, dass er Schwierigkeiten habe mit dem Lesen von Dokumenten und seiner Aufmerksamkeitsspanne. Also beispielsweise einen geheimen 50-Seiten-Bericht über die indopazifische Region zu lesen. Sei für ihn etwa so, als lese man ihm etwas auf Aramäisch vor, durch ein Kissen hindurch. Dementsprechend groß ist jetzt die Ironie, dass nun eine Razzia durch FBI-Agenten stattfand, in seinem Zuhause in Palm Beach, Florida, um vertrauliche Dokumente zu suchen, die er vielleicht regelwidrig dort hin mitgebracht hatte. Also er jammerte jetzt, sie haben sogar meinen Safe aufgebrochen und so weiter und so weiter. Beamte können mehrere Jahre Haft bekommen, wenn sie Verschlusssachen an einen nicht autorisierten Ort bringen. Und du würdest dann halt, jetzt als normaler Beamter, deine Security Clearance verlieren. Also deine Zugangsberechtigung zu geheimem Material. So ein Politiker darf dann auch nicht mehr für ein öffentliches Amt antreten. Und im Februar kam dann die National Archives and Records Administration und sagte zu einem Kongressgremium, dass halt Trump geheime Regierungsunterlagen halt in seiner Residenz in Florida hatte. Und dann wurde das Justizministerium eingeschaltet und schließlich auch das FBI. Ja, und die Razzia fand jetzt halt eben dann statt unter dem FBI-Direktor Christopher Wray, der 2017 von Donald Trump nominiert wurde. Und Wray bekam dann halt parteiübergreifend die Bestätigung, um dieses Amt dann auszuüben. Also einige sind heimlich froh jetzt, dass Trump hier beseitigt wird. Weg wird frei für Ron DeSantis. Und DeSantis ist halt so ein typischer Karriere-Politiker. Spricht jetzt halt mit den ganzen großen Megaspendern. War an der Universität Yale, ich hab's ja auch mal wieder gesagt, die Administration von Trump. Also viele, viele Beamte unter Trump. Das war genau das Gleiche, was man erwartet hätte unter einem Präsidenten Jeb Bush. Typisch Republican, sehr viele Yaleys, sehr viele Leute aus dem Council on Foreign Relations. Also eine ganz normale Administration eigentlich. Überhaupt nichts Neues, überhaupt nichts Besonderes. Von wegen irgendwie Rettung Amerikas und irgendwelche größeren Sachen. Ich meine, es wäre bescheuert, wenn die Republicans wirklich versuchen würden, hier die Democrats fertig zu machen. Oder wenn die Democrats wirklich versuchen würden, die Republicans fertig zu machen. Es gibt immer genügend Theater und es gibt einige Leute, die das halt auch wirklich tot ernst nehmen. Aber man will sich nicht gegenseitig ausschalten. Weil sonst wäre ja das schöne Zwei-Parteien-Kartell kaputt, mit dem man die Leute hinhalten kann. Ja, es ist immer besser. Man gibt halt jeder Seite immer so die Hoffnung, dass halt mal eines Tages der große Sieg kommen wird. Und der Sieg da noch irgendwie ewig anhalten wird. Aber das ist halt einfach nur ein billiger Trick. Und Ron DeSantis besuchte die Yale-Universität, hatte eben die entsprechenden Connections geschlossen. DeSantis hatte zu tun mit Häftlingen in Guantanamo Bay und so. Und je nachdem, wer halt im Weißen Haus sitzt, geht das Empire weiter. Der Unterschied ist halt immer nur das Marketing bei einer aktuellen Krise. Also zum Beispiel, zum Beispiel hattest du die Covid-Krise während Trumps Amtszeit. Ja, und man konnte eigentlich sich dann eben zurecht überlegen, wie man das politisch jetzt wieder framet. Wie man das jetzt wieder so darstellt, als gäbe es hier die eine Extremposition für die Linken und die andere Extremposition sei jetzt die konservative Haltung dazu. Es gab ja intern die wichtigsten Leute um Trump herum. Da gab es Leute, die gesagt haben, framen wir das doch so, als sei Pandemie-Eindämmung patriotisch und konservativ. Also der Präsident könnte den Leuten sagen, trag Masken und mach nicht so ein Larifari wie die Linken. Ja, lasst euch impfen. Ich meine, impfen hat er ja gesagt dann später. Und so weiter und so fort. Und das sei halt patriotisch. Und das hätte ihm vielleicht dann den Wahlsieg gebracht sogar 2020. Wurde ja auch analysiert und rumgerechnet und Meinungsforschung hier dann bemüht und so. Das hätte man so framen können. Und dann hätten sicherlich einige da mitgezogen und hätten dann genau das gesagt, was Trump gesagt hätte. Aber man hat sich halt eben dann entschlossen, dass so zu framen irgendwie viele Pandemie-Maßnahmen seien irgendwie links und dagegen zu sein, sei konservativ. Und dann haben halt viele Leute das halt so auch kommuniziert. Also Ron DeSantis hatte ja so einen komischen medizinischen Berater, der dann halt die Pandemie runterspielte und so. Und du landest bei diesen Funktionären gleich wieder bei den elitären Thinktanks. Also American Institute for Economic Research, verbunden da mit Konzernen wie Microsoft, Alphabet, Google, Koch Industries, ExxonMobil und so. Brownstone Institute, von denen kam ja diese sogenannte Great Barrington Declaration gegen Covid-Maßnahmen. Also das ist alles sehr, sehr Establishment. Das hat jetzt nichts zu tun mit wirklichen Graswurzelaktivistenbewegungen vom Volk oder sowas. Also wenn du irgendwie denkst, solche Meinungen rauszuposaunen gegen Corona-Maßnahmen, wenn du denkst, es sei jetzt irgendwie rebellisch oder alternativ, das ist vollkommener Quatsch. Dieser neuartige Virus erfüllt einfach viele wesentliche Eigenschaften einer Biowaffe. Und wenn wir es schon mit vielen Politikern zu tun haben, die an der Yale-Universität studiert haben, so wie DeSantis. Wir haben jetzt hier auf recenter.com einen Bericht über eine neue Yale-Studie. Und man sieht halt eben dann gravierende Covid-Schäden, die halt Kriterien einer biologischen Waffe erfüllen. Also Experten reden von einem Massen-Event, wo halt Massen an Bürgern halt richtig ernsthafte Schäden bekommen. Also selbst wenn du jetzt nicht den krassesten Covid-Verlauf hast und in der Intensivstation landest, selbst wenn dein Verlauf mäßig wirkt oder sogar leicht wirkt, da kann alles Mögliche hier kaputt gehen in deinem Körper. Also der Virus bahnt sich dann irgendwie deinen Weg, oder die Schäden durch den Virus bahnen sich den Weg in dein zentrales Nervensystem. Und dein Immunsystem wird geschrottet und vieles ähnelt eben diesem chronischen Erschöpfungssyndrom. Und du hast jetzt halt dann Millionen Amerikaner, die nur noch eingeschränkt arbeiten können, die einfach nicht mehr sie selber sind. Konzentrationsstörungen, körperliche Schwäche, das ist einfach wie ein riesiger Biowaffenangriff. Und deswegen hätte man, und das habe ich immer wieder betont in der ganzen Pandemie, deswegen hätte man das ja ganz anders framen können. Man hätte sagen können, ja unter Trump, das ist jetzt wie ein biologischer Angriff. Ja, man kann jetzt zwar nicht genau sagen, ob das ein Laborunfall war, man kann nicht sagen mit Sicherheit, ob die Chinesen daran schuld sind. Kann eine Islamistengruppe hier gestartet haben, ja, irgendeine pakistanische Gruppe, ja, bekommt einen neuen Virus in die Hände. Gibt es ja auch Labors in Pakistan, nicht richtig geprüft, ja, die haben Fledermäuse dort und so und finden neue Viren. Und dann vielleicht haben diese Islamisten diesen Virus, vielleicht haben dann die Islamisten dann diesen Virus absichtlich losgelassen auf dem Fleischmarkt in Wuhan. Damit die Welt denkt, die Chinesen waren schuld, entweder durch den Fleischmarkt oder durch das Wuhan-Labor. Kann auch sein. Man hätte das einfach framen können, framen können. Das war ein Angriff auf die freie Welt, auf die NATO, auf die USA und es ist jetzt halt jedermanns Bürgerpflicht, seine Mitbürger zu schützen durch Abstand und Masken und Impfungen, weil wir hier einfach wahrscheinlich attackiert wurden. Und das ist eigentlich eine Attacke, die ist viel größer als 9-11. Also 9-11 starben ja, was war es, 3000 Leute oder sowas und dann halt so Folgeschäden durch die schmutzige Luft hier in New York und so. Aber Covid, du hast ja eine irre Anzahl an Toten und du hast durch Covid eine irre Anzahl an Verwundeten. Also hätte man das framen können als den absoluten Mega-Angriff auf Amerika. Ja, und das war eigentlich immer die Befürchtung, dass halt irgendein neuer Anschlag kommt oder sowas. Ein neues 9-11, viel größer als 9-11 und das dann halt die Politik hier total überdreht. Ja, was haben wir gesehen nach 9-11? Als Reaktion, zwei Angriffskriege getarnt als Schutzmaßnahme, massive Gelder, die dann verblasen wurden, der Patriot Act, der Military Commissions Act, diese neuen furchtbaren Gesetze, die Massenüberwachung, all diese Dinge, die in der Bush-Administration dann verabschiedet wurden und dann nicht wirklich richtig einkassiert wurden unter Obama und nicht wirklich einkassiert wurden unter Trump. Es gab sogar neue Gesetze, wie auch hier gegen Russenpropaganda. Countering Foreign, was heißt, Foreign Influence Act oder so. Ja, also das war eigentlich immer die Befürchtung, gerade unter den Konsumenten traditioneller Verschwörungsmedien, weil es immer die Befürchtung, da kommt ein neuer Angriff und dann dreht die Regierung vollkommen hohl und herrscht dann mit Notstandsmaßnahmen. Ja, und stattdessen eierte dann die Regierung in Amerika so rum, ja, das ist ja nicht so ernst und ist ja nicht so, hm, und jetzt schauen wir, wuscheln wir uns halt mal irgendwie durch. Da sieht man mal, wie verzerrt die Wahrnehmung der Leute ist oder wie man die Wahrnehmung der Leute eben verzerren kann. Und das liegt halt eben daran, dass viele Leute halt keine richtigen Bücher lesen. Das heißt, wenn du halt regelmäßig Bücher liest, ja, du wählst dir halt die besten Bücher aus, die du finden kannst, über Biowaffen und Imperien und Geheimoperationen und Geheimdienste. Also du wählst die, die interessantesten Dinge aus und liest dann solche Dinge regelmäßig. Ja, und so kommst, kriegst du quasi dann das Kondensat vom Kondensat von den absolut besten Experten in solchen interessanten, relevanten Feldern. Wenn du dir stattdessen halt Massenmedien reindröhnst, ja, oder sogenannte alternative Medien, dann kannst du damit eigentlich nur verlieren. Also wegen der Trump-Razzia, ja, rufen die Verschwörungsmedien jetzt natürlich schon wieder den Krieg aus. Das haben wir gesehen auf Infowars, ja, also alles ist immer gleich Krieg, ne, Bürgerkrieg, wird dann Mords geblasen und so, obwohl es sich halt um relativ normale juristische Vorgänge handelt. Und letztendlich ist das ja noch gar nichts, was wir jetzt erleben im Bezug oder im Vergleich mit den 1960er Jahren oder 1970er Jahren, wo halt gravierende gesellschaftliche Umbrüche kamen. Ja, viele denken immer, dass das jetzt passiert, irgendwie Woke gegen Anti-Woke. Siehe auch Ron DeSantis in Florida gegen Disney und die Gesetze in den Schulen. Ich meine, Leute denken, dass das jetzt schon außer Kontrolle geraten ist. Das war alles schon mal viel krasser. Ja, vor Jahrzehnten, da war da die Gesellschaft noch total verbohrt, ja, irgendwie so kein Sex vor der Ehe und keine Rockbands im Fernsehen und das verboten und jenes verboten. Ja, und dann kam dann die Regierung, also auch der US-Geheimdienst und benutzte dann halt so Forscher wie zum Beispiel Herbert Marcuse, also Sozialforscher, die halt auch vor den Nazis geflüchtet waren und hat mit denen dann diese kritische Theorie entwickelt und damit halt dann die Gesellschaft auch dann transformiert. Ja, das heißt, es ist eine Oberschicht und der gehört dann das gesamte politische Spektrum. Ja, das heißt, niemand vertritt dich da wirklich politisch. Ja, ob du jetzt konservativ bist oder links oder whatever, keine von diesen Parteien vertritt wirklich deine Interessen. Ja, und auch international. Du kannst dich nicht kletten an die Chinesen oder die Russen. Die vertreten auch nicht deine Interessen, sondern die Imperien vertreten immer nur ihre eigenen Interessen.